Nächste Station Krempe Heide. Der Ausstieg ist auf der rechten Seite. Nächste Station Krempe. Der Ausstieg ist auf der rechten Seite. Nächste Station Glückstadt. Der Ausstieg ist auf der rechten Seite. Nächste Station Herzhorn. Der Ausstieg ist auf der rechten Seite. Nächste Station, Elmshorn, Übergang zum Regionalverkehr. Ihre Anschlüsse, NBE, nach Hamburg-Altona, 19.40 Uhr, Glas 2, NE, nach Kiel, 19.47 Uhr. Nächste Station, Tornesch, der Ausstieg ist auf der rechten Seite. Nächste Station, Priestdorf, der Ausstieg ist auf der rechten Seite. Nächste Station, Dillberg, Übergang zum S-Bahn. Ihre Anschlüsse, S-Bahn, nach Stade, 19.50 Uhr, Glas 2, NBE, nach Hamburg-Altona, 19.52 Uhr, Glas 2. Heute etwa vier Minuten später, S-Bahn, nach Hamburg-Neugraben, 20.10 Uhr, Glas 2. Nächste Station, Hamburg-Altona, Übergang zum Regional- und Fernverkehr, sowie zu S-Bahn. Der Ausstieg ist auf der rechten Seite. Ihr Anschluss, DCE, nach Kiel, 19.50 Uhr, Glas 4, C-N-L, R-C-F, 20.21 Uhr, Glas 4. Nächste Station, Hamburg-Hauptbahn, diese Zugfahrt in Dillberg, Übergang zum Regional- und Fernverkehr, sowie zur S-Bahn-Bahn. Danke, dass Sie noch mal anfangen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. G algorithmische R-C-Kult, آh, du willst du? Wir diagnosis, DCE, nach freed, 20.00 Uhr, Glas. Gleis 14, der Ehe nach Hübeck, Havel am Bestand, 20.04, Gleis 6, M.E. nach Guckheim, 20.06, Gleis 6, M.E. nach Brümmel, 20.15, Gleis 13, TNL nach Tübe, 20.27, Gleis 14.